Was spielen wir heute, ich will spielen? Keine Ahnung Karina, sollen wir Duolis gehen? Duolis, Alter, hast du ein Rad-Up, Alter? Warum denn, Karina? Ein Rad-Up-Urari Was brauchen wir denn, Junge? Willst du Chamber, geh nicht gesmokt? Bish? Ja! Geh Chamber! Hä? Bish Ray auf Raze Achso, warte mal, sorry! Stopp, Mann! Nuri hat so reingekackt Warum zähnst du deinen scheiß Agent, Oggi? Also Nuri hat wirklich reingejackst, also wirklich geisteskrank Oggi, bist du dumm? Er denkt, du wirst drei Sekunden zähn, dann mach er Warum änderst du deinen kack Agent? Ist das krank Das ist heftig Oggi, 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 aber ganz schnell Jugo, das ist dein Ernst? Oggi, Aas, lass uns schieben, ich geh dir Säcke allemal Ist das dein Ernst? Nuri Du bist da leise, redig mit mir Haben wir halt keinen Sentinel, fast Bishar, aber du, ich hab manchmal gesehen, dass du Raze schon spielst Hä, hä, genau Okay, ich bin dann gut Ich glaub, du hast bei meinem Leben nicht gespielt Sie spielt einfach Raze Ich glaub, Grace ist krank, warte ab, warte ab, Oggi, checkenst du das dann? Ey, du musst einen ausspielen, du bist Tier 2, du musst abbringen Warum haben wir keinen Sentinel? Warum wohl? Oggi, 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 warum haben wir keinen Sentinel? Und Bishar, ist jetzt einfach Raze Lass kurz warten, lass kurz warten, lass Arjen take uns Ne, Mann, ich rein euch runter, tschüss Wartet mal Häh? 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 Okay, nice, krass Lass B gehen, ich stun den Häh? Häh? Der Bruder hat da nicht an die Türen geschossen? Ja, da war ein Stechner Hä? Ich hab auch Sinn gemacht Obo im Heaven Weak Heaven und Main Zwei out Last Player standing 2 2 2 Ja Report Oggi aber ganz schnell Fickt euch alle wirklich Was ist das nicht da so tilt? Er tilt doch mal bis es 2-0, was ist das passiert? Ich bin gespannt Aber ich check nicht, wenn er mir sowas zu machen Ich bin nicht Nein, nein Ich muss nicht raus Rede mit Oggi! Rede, rede Oggi! Rede bitte! Ja, es kann passieren, Oggi das Tut es los Ich lebe raus Ich weiß nicht was Ich höre euch nicht mal zu Weil ich irgendwas schaue Ich lade ins Game Ich sehe Sentinels Die Bisher of Raze Ja, lass kurz jetzt um zu gewinnen einfach Sova Main Sova, ich mach auf, ich mach Tier auf, ich mach Tier auf Ich kann Stunnen Ich Stunnen Neon Warte, ich Stunnen, Stunnen Stunnen, Stunnen Stunnen Weckerannt, weil er einfach Ich pass hier nicht mehr durch, nice Backside Ich will Stunnen, ich will Stunnen Zwei Backside Und noch meiner Und noch meiner Und noch meiner Digga, ist das krass Können wir verämpfen? Erstmal Erstmal Spiked down Hey Sova's dead My ult's ready Meld schon mal an, ne? Was ist denn los? Junge, wir können nicht mal A-Side nehmen Mit zwei Du-Liste und zwei Initiatorn Das ist los Ja, Büsch, du musst endlich Halt, du russer Oggi Junge, ich bin erst auf Side Kein Bot mehr Also ja, wir haben halt hier einen verloren, okay Aber Wollt euch bald reingehen, wenn der D-Toste ging ab Können wir C gehen, bitte? Mhm Dabei lasst kurz chillen Lasst sie kurz warten, bitte Falls sie pushen Und Neon ult Nicht hier, wo ihr steht Nein Da werdet ihr fett weggestunnen Oder geomen bleiben Wir haben keinen Omen, aber gut Äh, sag ich doch Ich hab Stunnen, ready Cam, Cypher Cam Jus, mache jede Runde Wer ist Water, hat Water gesteppt Du, wie ist Side Zwei da Er ist On Side Kann Stunnen Da sind zwei oder drei Da sind zwei oder drei Wollen wir rein oder nicht? Lass warten dann Oh, wird die Tür auf Gut, nein Nein Neon wieder Flank Mach die, mach die Drohne, Bro Warte Einmal links Mit drei oder drin, Smoke, Klaus Ey, die haben mal hinter uns Side pushen hinter uns, ich stun Filler Ach, links, links steht der Ach, links, links steht der Ach Hat Neon Outlog gehabt? Nein, wenn nicht Nein Zwei war hier und einer hier Last Player standing One enemy remaining Nice Ich hab keine Ahnung Sind das NPCs gegen dich, oder? Ich meine, ich bin einfach zu guter, gell? Carina, hör mal auf, passiv aggressiv zu sein Vor allem mir gegenüber Ich hab mir das auch nicht ausgesucht, Race zu spielen Und ich hab deine Nate reingeschmissen Junge, ich hab doch nichts zu dir gesagt, Alter Hier, als erwürt Hier Ja, auch mal halten Irgendjemand Wir müssen halt blitzen anders spielen, wir haben keinen Sinn Was ja mal langsam spielen Rega hat sich einmal gepusht Ja, nichtsität laut aber Rai Der floor, A, Ah ситу weird don i free Ich hab mit dem End Cypher hier, warte mal Warte mal, das B gegen D, B, B, B. Wo war der Steilfe? Ja, der Cam A. Lass Heaven auf, nur. Lass C hierhin kommen. Ja, oder? Junge. Lass mal CJN spielen, bitte. Lass mal einfach überall spielen, okay? Einer B, zwei A, zwei C, okay? Okay. Ich bin stark, by the way. Drop. 40 auf Cipher, auch Neon. Heaven. Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr. Lass mich raus, ich schwöre, ich bin so sauer. Ich weiß nicht, warum ihr alle so sauer seid, also no cap. War ich fade, Phil? Also ich bin am chillen. Ja, ich bin auch. Wir müssen mehr chillen, das kann ein Comeback-Mix sein. Das ist ein Attacker-Map. Lottos, das ist ab heute Defense-Map. Mach's schön. Du warst genauso sauer, wie das die zwei A-Stinger dabei. Bist du nicht sauer, weil du 15-10 stehst? Ja, hä, aber... Weil wir nur keinen Sentinel haben jetzt. Cipher hat die 7 A-Stinger aufgesetzt, ja. Ach, Mann. Bist du, das ist egal, immer. Es geht nicht nur darum, weil Bist du jetzt auf einer Rolle ist, wo sie auch nicht wohlfühlt. Oh, noch einer, noch einer. Zwei CP. Cipher hat die Tür geöffnet. Ich schwör, fast hätte ich das geholfen. Ja, Flanken vielleicht, ne? Er flankt seine... Ja, nur ein Flanken. Jeder bleibt, wo er ist. Ich möchte nicht sehen, dass irgendwo was frei ist. Wir haben keinen Sentinel. Sonst werden die durchlurken, sonst ficken. Ja, super. Okay? Du hast gerade einfach nur ne Kitschein getan. Ja, super. Hey, die haben Lurk-Smog auf A gemacht. Da ist einiges A, by the way. Nice. Soll ich smoke oder willst du reinhallen? Klo auf B. Ich kann plassen, komm. Ja, mach mal. Wo war der? Oh, ich bin blind. Oh, nice. Stunt, by the way. Nein, nein, warte. Ähm, Bischar. Ja, bin tot. 60 auf Cypher. Jetzt bin ich tot. Da, cack, wir sind 60. Ja, Cypher auch hier. Splendor. Rubble, Rubble, Cypher. Rubble, Rubble. Rubble und Main. Kloff B, Kloff B, Kloff B. Okay, guck mal, wo Harami ist. Im Cage, oder nicht? Okay, nice. One enemy remain. Der letzter war B. Hat Vandal. Probable, wenn er A-Link war. Nice. Hä, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Oh, ich weiß nicht, wie ich überlebt habe bei der Weibeschar. Ich habe alles gegeben, aber ich konnte die Neon nicht hitten, weil das so ein Mini-Schlitz war von hier. Den sieht man halt kaum. Okay, mach mal Bombay hier. Mach mal Bombay hier. Yes, B kann es wirklich sein. Ich halte, ich halte schon. Ich würde schon push einfach nicht, okay? Kannst einfach nur naden, okay? Ja, ja, mach ich. Ah, geh nicht vor Ort oder so. Alter, nein, ist gut. C, Flash. Ich habe Stunt ready, Arami. Die werden A-Link, vermutlich. Nehm, ob. Sie machen nichts C. Smoke A. So war es obgenommen. Plenden A, Plenden A. Oh, klar. Drei waren C, nur auf oder zwei. Breach ist schon durch. Noch einer Bucher. Der Breach ist schon durch. Keine Ahnung, wo der andere ist. Ich weiß nicht, ob Neon auch durch ist oder nicht. Ja, Neon war auch C. Ich habe Ult, ne, für Side. Die Aftershock Drop, okay, shit. Ich Flash von Stairs aus, warte. Hier ist Smoke. Ich Ult der Side. Drop! Ficker. Free und Backside. Wir dürfen nicht an dem Lurker sterben. Kann der Drop sein. Ich check's nicht. Ja, und da ist, glaube ich, reingemacht einfach danach. Timing, wahrscheinlich die Ulti gedodged und dann... Ich glaube, wir sind einfach nach meinem Sting halt reingerannt. Ja, ja. Ey, Arami, Arami, hast du Vandal? Ja, ne? Komm, B. Ja. OGGGC. Willst du da in die Ecke? Nee, Bro, ich will... Ich kann Stunnen einfach auf Timing oder auf deinem Contract. Du kannst auch jiggeln, wenn du willst. Also von hier kannst du auch einfach jiggeln. Oder wenn ich was höre, ich stunne einfach. Tifer Cam da. Ah, schnell, ah, schnell. Warte, ich stunne den, der wird gleich abwalken, I guess. Ey, Bischra, geh mal ins Mord. Ich stunne den einfach jetzt, ich stunne. Was, was, was? Ich habe gleich einen Irrkontakt von Ravillus. Na, schon? Aufs A. Ich komme zu euch. Wir haben halt Breachshort, ne? Ja. Tschüss. Halt meinen Arsch. Ich kann nix halten, weil ich bin selber recht hoch. OGGGC. Komm, Bischra, ich warfst du nicht und, äh, ultet und, äh... Ey, 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 ich habe einen Call, okay? Harami, komm, Hobbit. Sei hier auch ready, Bischra, okay? Oh, ja. Du kannst auch Reveal halten, du kannst Reveal halten, okay? Du kannst ein C geben, ja? Ja, geht C, okay. Wenn die A nehmen, ich mach nur hier auch, wir warten hier, okay? Wenn die A nehmen, ich reach, ultet, alles weg, okay? Sag mal nicht, wenn nicht, okay. Flash. Okay, warte. Reveal kommt? Sag deine ready-side. Waddi, renn weg! Reveal ist weggerannt. Ich glaube nicht, dass A ist. Ich werde hier nicht ulten. Kannst du Revealen, Bibi? Ja, aber vielleicht scheiß Reveal. Egal, egal. Vielleicht ist es der Witz, ne? Da? Noch, noch einer. Noch einer. Let's up, ey, man. Bleib, bleib. Nice. Junge, ich bin in der Kopf. Ich hab die. Ich hab die in der Tasche. Ey, wir können das gleich nochmal mit ult. Vertraut. Die sind funktioniert. Aber die haben halt Counter-Preach-Ult, egal. Junge, wann hast du 34 Kills gemacht? Ähm, irgendwie. Wie er jetzt ist. Was ist denn das? Mach das direkt auf, Harame. Geh bei mir. Ich ulti das. Ulti, ulti. Oh Gott, der ist schon durch. Der andere Clown. Nice. Ihr könnt die fighten, ich ulti. Geht. Die haben auch beat. Bis dann, Harame. Richtig viele ulti. Main 2. Ah, Shorty, woher? Alle weg, alle zurückgerannt. Die kommen zu dir nur. Komm, C. Der C, C. Eine noch A. Der andere C. Nice, okay. Letzter bei mir, bei mir. Ihr Bomben, C. Er rennt zurück, Ra-Baby, hier. Fick dich ins Knie. Augi, chill, chill. Ich bin behindert. Ich chill. Nuri ist hier der Richtigste, ja. Nice. Fick dich, Fick dich, Augi. Ich bin besoffen, sagt er. Er hat die Runde geholt. Nein, Fick dich, Augi. Fick dich wirklich ins Knie, Augi. Nuri hat gekocht auf C, sage ich ehrlich. Aber trotzdem, Fick dich ins Knie. Ich wollte ein halbes Hähnchen mit dir essen, esse ich nicht mehr. Ich bin ein Demon. Ich bin so sauer, ne? Auch mal mich Komp machen lassen. Nee, Mann. Nee, Fick dich wirklich ins Knie, Augi. Das ist schlimmer als Wind seine Koms. Ich krieg wirklich, ich krieg... Nee, Mann. Ich bin so sauer, ne? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017